Und was sagt ihr zu eurem WM-Maskottchen? Cool. Also ich hab ja, wir haben im Bus einen Vierer und einen Vierer und ich sitze in einem der Vierer. Und Klara sitzt schräg gegenüber von mir in einem der Vierer-Blöcke. Und da hab ich schon gesehen, wie sie ein paar Sachen zusammengehekelt hat. Ein Beinchen, ein Körper. Ich hab's auch gesehen. Wird das ein Koala-Bär? Aber hat sie echt cool gehekelt. Hat sie richtig cool gehekelt. Hat sie schon einen Namen eigentlich? Ich hätte ihn Miguel Alfred genannt. Ich wollte was ein bisschen mit Pepp, aber was Deutsches.